Ok, es geht noch rechts, es geht noch nix. Wir gehen erstmal nach rechts. Eine Visitenkarte. Karin Turell, Project Manager, Employee ID, blablabla. Damals, als der Darmaturm nur ein einfacher Wolkenkratzer war, musste jeder so eine Vorzeigung um hinein zu gelangen. Was 19 Jahrhundert als einfaches Bergbauunternehmen begann, ist jetzt der letzte Fluchtsort der Menschheit. Warum kann ich hier links lang? Ich will mit dem Kurs auf das Objekt, das du hacken möchtest, und drücke... Was kann ich, muss ich, kann ich einen hacken, hä? Ach so, ach hier komme ich nicht hoch. So, was ist dein Plan, um den Keymaster zu verhindern? Ich meine, das letzte Mal, als du sie kennengelernt hast, warst du einer von 100 Ghostrunnern. Wie wirst du das wissen? Mein Vater. Ich war nur zwei, als der Kuh kam, aber er hat mir alles darüber gesprochen. So viele sterben dann. Mit all den Ghostrunnern weg, gab es niemanden, um uns zu schützen. Ah, ok, ja, jetzt muss ich ins Riff. Dum 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 dum. Ah, ok, ja, jetzt muss ich ins Riff. Dum 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 dum. Wie? Weil es nicht so sehr ist, dass du... Zettelst du. Du bist ein sehr einfaches Einzelnen von der Initial Deactivation. Wo? Es gab verschiedene Variations in der Design. Es gab nicht in der Ende. Was ist das nicht wichtig? Wtf... A... Wtf... So, zurück zu meiner Frage. Ich weiß nicht, dass ich dich schaue, aber bist du sicher, dass du dich mit dir selbst sein kannst? Nein. Was? Warum treffen die? Oh, sonst ist keine Sturmgruppen. Sie hat 99 Ghostrunners töten und sie wird nicht stoppen, bis sie mich auch töten. Also, du wirst nicht stoppen, bis einer von dir tot ist. Ja. Ich weiß, wie du dich fühlst. Killer Priest 3000. Eine seltene physische Ausgabe des 2155 Remakes eines Kultklassikers. Der Top-Down-Shooter des 21. Jahrhunderts. Sehr beliebt bei Hardcore-Gamern kurz vor dem Knall. Jetzt gibt es nichts mehr, auf dem man es spielen könnte. Killer Priest 3000. Vielleicht mal googeln. Die Knall. Die Knall. Gibt es nicht. Seine Lüge. This is a lie. Der Kick ist eine lie. Puh, hu, hu. Und das ist wie, was ich? Fuck Ach du Blümel man Donut ки Blümel Blümel Kompet 정도 Bi Blümel Evet La Blümel El alnız Ap Ben Ich bin schon bei der Plastisch gelegt. Okay, 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 okay. Hahahaha fuck ist doch anders nein so so den hab ich jetzt noch, den hab ich noch den Nahkampf gut appalling a perfect society plunged into chaos decades of my hard work and careful planning derailed was mich halt ein bisschen wundert, wenn ich so die collectibles angucke haben wir ja schon über die hälfte fähigkeiten fehlen mir aber noch zwei ja fehlt mir auch noch ein bisschen was aber schon wie lange es noch geht auf jeden Fall ist es auch so ein Spiel, was man schön nochmal spielen kann, denke ich mal erstmal um die ganzen collectibles noch zu finden und halt um immer schneller und besser zu werden was bist du denn für einer? okay greifen die jetzt mit Messer an was soll denn das? ich bin der einzige mit Messer okay, also ich muss parieren Gut. Gut, 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 gut. Die Primärme des Repository ist lange weg. Mara hat es gesehen, aber die Backup-Archive hat immer noch. Eine Erdbeere? Nee. Ich betäusche. Ich bin ein Ninja. Cooler Ninja. Okay. Willst du mich gerade beleidigen oder was? Na, komm. Zu spät. Ich bin verwirrt. Okay. Ja, muss ich erst reinkommen. Ah, greifen die jetzt nun gleichzeitig an oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich bin immer wieder. Ich bin immer wieder. Ich stelle immer wieder. Aber niemand ist mir anspricht. Ich bin nicht der letzte Klammer. Ich werde nicht mehr überlassen. Ich werde immer wieder helfen. Ich werde immer wieder helfen. Alles, was wir tun müssen, können wir tun. Wir werden die Rebellion wieder zurück. Dann machen wir das. Hä? Warum? Warum hat sie sie nicht erledigt? Tja, mach ich aber. Oh, fuck you! Kommt schon alle hoch. Es ist so kalt hier. Du sagst, es ist ein Perfuge. Ja, aber es ist mehr als das. An der Basis, sogar in den Türen, sogar nach der Lichter, kann man immer noch die schweren Maschinerie hören. Faktoren, Flugzeugen, Flugzeugen, Miningdrills. Vielleicht einfach an der anderen Seite. Es gibt nichts davon hier. Ich dachte, ich muss sie noch ein Stückchen weiter mitnehmen. Nein, Flugzeug. Kunter laboratorięresponsen standart W steak nosegewöf. 주문te ZOOM ... ... ... ... ... Das ist krachfiezer, wiederum. Wie komme ich da hoch? Ah, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Das schwert sich doch nicht schlecht, August. Du sprachst nicht viel, oder? Nein. Aber es ist gut zu hören, dass du dein Geist hast. Ich versuche es ein Jahr zu machen. Danke. Worte sind nur dünnige Ideen. Ein Geist so stark wie ein Blades hat sich... Ein Geist so stark wie ein Blades hat sich für ein Eidl-Chatter. Hä? Worte noch einer? Ah, wird es noch. Oh fuck! Nein! Okay. So, komme ich jetzt da hoch? Ach so. Na mein Jonas! Grüß dich! Alles schick bei dir? Ja, ja, bei mir ist alles in Ordnung. Ich hoffe, es ist nicht zu früh, es zu lernen zu lernen. Mara hat ein paar Worte über das. Und die Arbeit weiterentwickelt. Wir wollen dann auch ein bisschen Dead by Daylight spielen. Wenn wir nicht, was wir wollen, zumindest werden wir, was wir haben, gut. Ach so. Ich hatte gesehen bei Instagram oder was das war, dass Margray das Wort ist jetzt? Jetzt? Ja, Dead by Daylight gibt's kostenlose Zeit. Wir freuen Mara. Ach genau, Peatsmeet, ja. Oh Gott. Ja, warte mal. Lernspielzeug. Für die erste Generation, die im Darmaturm aufwuchs, gab es spezieller Sondenspielzeuge, die den neuen Status Quo normalisieren sollten. Turmförmig war bei beiden die beliebteste Wahl der kleinen Architekten. Toll. Was, während ich meinen Tisch aufgebaut habe und aussah wie der übelste Assi? Warum streamst du das? Was hast du für einen Tisch aufgebaut? Oder schon ein bisschen? Schreibtisch oder was? Hast du jetzt einen tollen RGB-Gaming-Schreibtisch mit flackernden Lichtern geholt? Oh, da stand ja einer. Hm. Ach, die Viecher sind so nervig, ey. Komm her. Oh, das war zu früh. Video zu früh. Äh, die sagten streamen einfach. Und ich und die doch mach. Ach so, das war nicht meine Idee von Julian und einem Kollegen. Ah, ok. Er packt im Streamtitel gut aussehen, der muskulöser junger Mann bautisch auf. Ja, hinterm Tisch eine LED Leiste, aber mir ging es einfach um einen neuen. Ja, ich brauchte eigentlich auch mal einen neuen Schreibtisch. Oder beziehungsweise will es eh ein bisschen umräumen. Ich will eventuell eins immer so ein bisschen als Entertainment-Raum machen. Und dann mir auch einen neuen Schreibtisch halt hinstellen und dass ich auch endlich mal meine Webcam anmachen kann, weil so wie es jetzt gerade aussieht, will ich es nicht unbedingt vorzeigen. Wenn ihr Besuch habt, oder? muss man jetzt noch ausnutzen, solange kein Lockdown ist, ne? Ja, ich glaub. Ich glaub ich bin, dass du hier in der Architektor zu fahren hast. Ich will das sein, wenn ich das gewonnen werde. Ich will das, wenn ich das, als Enginheber zu haben. Ja. Definitisch. Es ist wichtig. Judging von den Job, sie hat sich in den Job. Geben, noch in 100 Jahren. Yes, yes. Wollen wir mal gucken? Wo sind denn die ganzen roten Punkte? Ich versteh ich nicht. Ach hier oben. Ihr habt Essen bestellt und zocken. Später mit Becks Filme geradelein im Match gestartet. Ach so. Wenn du jetzt League of Legends spielst, kannst du doch nachher Dings mitspielen. Nein, alles gut. Was gibt es Sinn leckeres zu essen? Zack, zack, zack. Nudeln? Nudeln kannst du auch selber machen. Musst du nicht bestellen. Oh Gott. Oh Gott. Gut, dann machen wir das nochmal. Was? Ich bin fett und faul. Ach du bist doch nicht fett. Ich denke du bist hier ordentlich am Pumpen und was weiß ich. Ist doch jetzt muskulöser als, als... Ah, als Schwarzenenker oder so. Okay, das ist ja fies. Uh, uh, uh. Ach man, klettert doch ordentlich. Die Wand hoch. Was hat mich früher selbst in Lockdown geschickt? Ne, ich war es momentan faul. Ach so. Echt? Ist nicht... nicht mehr regelmäßig im Studio. Was zur Hölle war das denn jetzt schon wieder? Okay. Ein Sneaper? Oh. Okay, oh Gott. Nein, ja, genau. Kletter halt nach oben, du Kackspass, wenn ein Sniper auf dich zielt. Guck, guck. Warum hast du geplant, um die Spanien zu nutzen? Der Dharma ist voll von Technologien, die all zu vulnerable zu accidentellem Destruktion. Mit einer Blade gibt es keine strahlen Blöden. Mit einer Blade gibt es keine strahlen Blöden. Mit einer Blade gibt es keine strahlen Blöden. Keine Schockwäge, keine kollaterale Däme. Nicht zu bemerken, wie krank die Spanien sind, als ob es an deine Stufen sind. Du bist voll mit jeder Art von Rejectile zu handeln. Du hast nie in einem Kampf gehabt. Natürlich nicht. Geht fet sistema. Du meinst ... Du hast kein Spielégier. 20 Jahre wert von Forschung und kein technologischer Prozess, um zu sprechen zu sprechen. An dieser Stelle wird das Regime in einem Jahr oder so fallen. Ja, ich will dich auch einen schönen Abend, ne? Lasst es euch schmecken! Es gibt ein paar Aktivitäten in dem Repository. Ich kann nicht wissen, was passiert ist, aber es gibt eine Veränderung in der Netzwerke. Was kind of disturbance? Es gibt eine Fläche von Interferenten, die durch die Strecke. Die Strecke sind durch die Strecke. Die Strecke sind durch die Strecke. Die Strecke sind durch die Strecke. Es gibt eine Art Art Weapon. Es ist eher wie ein Veränderungsgericht. Aber warum würden die Chains find ihre eigenen Kameras? Sie sind bereits in der Repository. Ich weiß, was es war, in der alten Welt zu leben? Ich habe gehört, aber ich weiß, was ist nicht wahr und was ist. Niemand hat. Ich meine, wie könnte sie? Die Strecke sind. Die Strecke sind. Die Strecke sind. Die Strecke sind. Oh man, Game Piece. Die Strecke sind. was auch immer es war. Die gute Noten ist, der Repository Terminal ist noch da. Das Schlimmste ist jetzt gehalten. Ich mehr als Gangs. Und Koppunga!